Gebäude ist sabotiert ziel Pachthöfe zum Bullshit die da ach Reparaturkosten ihr habt es echt drauf angelegt agent rekrutiert was für einer ein edelmann jeder könnte in die schule gehen dafür brauche ich natürlich eine kann ich irgendwann bauen habe ich irgendwo eine stimmt da war nämlich dieser agent jetzt muss ich wieder die schule bauen oder ja ich baue wieder eine dann kann der erforschen gehen ich schicke ihn schon mal auf den Weg ja unverzüglich und ihr werdet mich nicht an den sieg ändern ich mache automatisch weil es ist zu beschissen so ein kleiner mini kampf alle gestorben von dem kann nicht mal wieder ausrüsten oder neu verteilen hier die menschen so dass wieder alle aufgefüllt sind auch hier geht nicht jetzt seit andere einheiten stimmt hier habe ich nach polen polnische einheiten gebe ich mich doch gleich dahin oh nein was bin ich für eine volle tot habe ich sie aufgeteilt auch egal ja ich werde ich auch neue gruppieren schön neu gruppiert agent rekrutiert militärtechnologie forderungsbrief mit arbeiter streiken mist rebellion westpreußen mist fertige häuser schön die ganzen habe ich rekrutiert und überhaupt nicht schön und was habe ich hier eigenschaft erhalten plus zwei auf moral in gefechten hier sind die rebellen ihr wisst nicht die viele einheiten das jeweils sind aber die steuern auf uns zu was habe ich hier für armeen so angreifen hier auch angreifen das ist mal wieder ein kampf und wir werden kämpfen ich habe noch nicht zu kämpfen begonnen ich habe noch nicht zu kämpfen begonnen naja ich so sagst du es dann dann wird es doch zeit oder so ich bin wieder da ich habe alles eingestellt die schatten flackern jetzt vielleicht ein bisschen so wie hier aber ich suche eben nach eine lösung nächstes mal für nächstes mal so ja dann mache ich euch zu 1 und euch zu 2 ganz simpel auf aufstellung beenden wo ist der gegner irgendwo da in der mitte ein hier und schon wieder kommt meine verstärkungsarmee ach wie ich es hasse 1 ihr begebt euch dahin 2 ihr begebt euch 1 dahin 2 dahin das ist etwas schneller weil die rebellen sind anscheinend gut zu fuß unterwegs sie stellen sich noch auf während hier schon meine armee kommt meine nächste sind es alle interessant ach wieso kommt jetzt zu mir es müsste übrigens nicht könnt ihr auch beeilen wenn ihr schon so schnell sein wie die auch hier drüber klettern genial auch hier nicht bei allen aber dennoch die an der seite könnte ich auch etwas drehen aber weiß ja nie was die gerade als nächstes vorhaben die gegner sie hauen ab das haben sie vor die gehen alle weg was soll das jetzt stehe ich schon bereit und dir haut er wieder ab nee nix ja sir es ist bescheuert schnelle beeilung was macht ihr eigentlich hier alles was habe ich für eine scheiße eingestellt hm die gehen dahin ist logisch die ist nicht logisch die gehen dahin die gehen dahin die gehen dahin das sind jetzt paar lange einheiten aber das wird dann meine ausfallstruppe die schnell zum angriff bereit sind die regnet jetzt noch stärker oder was hm hey mein bayonett ist erforscht ah ja stimmt seht ihr es da oben steckt es drauf bei allen das heißt im nahen angriff bin ich noch besser geh warten geh warten habt ihr es eigentlich irgendwann mal ich warte auch nicht den ganzen tag ach ihr kommt schon oh hab ich gar nicht damit gerechnet da könnt ihr euch neu aufstellen ihr könnt euch da aufstellen dann habe ich noch eine zusätzliche feuerkraft die mit mischt so da war da war jetzt ein kleiner schnitt drin ihr könnt mir verzeihen genau haut rein jungs ah ja könnt euch da aufstellen und schön breit am besten wäre auch so ja jetzt kommt nicht die nächste welle die können wir dann sofort zurückflagen haha und auch gleich wieder ein bisschen zurück nein nicht zurück auf keinen fall die ziehen sich nämlich zurück ha und jetzt haben wir unsere bayonett und die sind erschöpft und da wir unsere bayonett haben aha vorteil für uns was machen die eigentlich alle hier ich check's nicht die wollen alle flüchten was habe ich euch gesagt ihr sollt doch nicht dahin angreifen nein böse jungs euch stelle ich dahin nicht nahe kampf angriff ein bisschen flott jetzt könnt ihr euch mal beweisen nehmen schießen nochmal ja und jetzt action action schnell